Moinsen Kinders und willkommen zur nächsten Folge von meinem Monster Hunter World Iceborne Tutorial. Heute dreht sich alles um die Insektenkleve. Um die Insektenkleve zu verstehen, müssen wir jetzt erstmal hier hingehen und zur Ausrüstung, weil die Insektenkleve besteht aus zwei Teilen. Einmal die Kleve selber, wie ihr hier mehrere verschiedene seht und das Wichtigste an der Kleve ist das Insekt, deswegen auch Insektenkleve. Bei der Insektenkleve handelt es sich um eine zweiteilige Waffe, die besteht einmal aus der Kleve, wie hier jetzt gesehen, also hier in dem Bild. Und der wichtigste Part bei der Insektenkleve ist das Insekt, wodurch die Waffe so ein paar spezielle Sachen mit sich bringt. Und bei den Insekten ist es so, es gibt viele verschiedene Insekten, die man beim Schmied auch herstellen kann, genauso wie alle anderen Waffen. Und da kann man beim Schmied mit unterschiedlichen Ressourcen von den unterschiedlichen Monstern halt auch die Insekten herstellen. Und bei den Insekten, oder die Insekten sind folgendermaßen aufgebaut. Man hat einen Angrisstyp, wie ihr da jetzt rechts seht, dann eine Pollenart, eine Elementart, die man halt freischalten kann, also man kann den Elementen zuordnen beim Schmied. Dann gibt es einmal eine Kraftskala, eine Geschwindigkeitsskala und eine Heilungsskala. Die Kraftskala besagt, wie stark das Insekt selber angreifen kann. Dabei geht jede Skala von Stufe 1 bis Stufe 15. Stufe 1 ist der niedrigste Wert und Stufe 15 der höchste. Das heißt, wenn ich ein Insekt mit Stufe 15 Kraft habe, dann macht das am meisten Damage. Wenn ich das Insekt jetzt aber mit Stufe 1 Kraft habe, dann macht das am wenigsten Damage. So, denn, ja, die Kraft besagt ja die Angriffsstärke von dem Insekt. Die Geschwindigkeit besagt, wie schnell das Insekt, wenn ich es losschicke, in der Luft agieren kann. Also, wie schnell ich es irgendwo hinschicken kann, wie schnell ich es wieder zurückholen kann. Das besagt die Geschwindigkeit. Bei der Heilung ist es so, durch das Insekt kann man sich auch heilen lassen. Da geht es auch wieder von Stufe 1 bis Stufe 15. Unterschiedliche Insekten haben unterschiedliche Stufen, wie man hier sehen kann. Da zum Beispiel. Oder hier. Da hat das Insekt eine Stufe 7 Geschwindigkeit. Äh, Stufe 7 Heilungskraft. Und die Heilung besagt halt, wie viel das Insekt einheilen kann. Dabei ist es so, wenn ich auf Stufe 15 die Heilung habe, das wirkt wie ein Maxi-Trank. Also, nicht der normale Trank, sondern wie ein Maxi-Trank. Was relativ gut ist, aber ich persönlich nehme die Heilung jetzt von dem Insekt nicht so oft wahr, weil, keine Ahnung, ich mag da mehr die Angriffskraft von dem Insekt und die Geschwindigkeit. Denn, habt ihr ja gerade schon gesehen, dass, oder dass ich ja gesagt habe, okay, Stufe 15 ist das Höchste. Und hier seht ihr ja Stufe 16 Geschwindigkeit. Dazu kommen wir aber später noch. Weil das hängt mit der, äh, Gläfel an sich noch zusammen. Aber da zugleich. Denn, sehen wir ja oben den Angriffstyp. Da gibt es einmal Stumpf und einmal Abtrennen. Und, wie das schon gesagt, Abtrennen ist, dass man halt Slice-Damage mit dem Insekt machen kann. Also, das kann Bodyparts auch abtrennen. Zum Beispiel den Schwanz oder so. Wenn es andauernd auf den Schwanz von dem Monster attackiert, dann ist die Chance da, dass es halt den Schwanz abtrennen kann. Und bei dem Typ Stumpf, das macht halt auch Knockout-Damage. Also, wenn ich andauernd das Insekt auf das Monster jagt, auf dem Kopf, dann kann es zum einen Bodyparts brechen. Wenn, also zum Beispiel die Hörner von, von, jetzt zum Beispiel von dem Diablus, ist die Chance da, dass ich mit dem, oder dass das Insekt, wenn ich es andauernd auf den Kopf auf, äh, prügeln lasse, dann ist die Chance da, dass ich halt durch das Insekt, weil es einen Stumpfangriff hat, die Hörner breche. Oder ich kann es halt auch ausknocken. Denn das nächste, was ihr seht, sind die Pollenarten. Die Pollenarten werdet ihr gleich im Trainingsbereich noch genauer sehen. Bei den Pollenarten handelt es sich halt um Pollen, welches das Insekt ausstoßen kann. Und da gibt es auch verschiedene Typen. Wie, wie die Pollen ausschauen, das sehen wir gleich noch. Aber da gibt es verschiedene Typen. Dieses Insekt hat zum Beispiel Explosionspollen. Also es spawnt bei jedem Angriff eine Pollenwolke. Und wenn man die Pollenwolke dann angreift, oder wenn das Monster da irgendwie einen Angriff gegen macht, dann verpufft die Pollen oder die, die, äh, Wolke. Und es führt in dem Fall jetzt zum Beispiel einen Explosionsangriff aus. Bei den Pollenarten, da gibt es einen Haufen verschiedene Pollenarten. Es gibt auch Heilungspollen, denn es spawnen so grüne Wolken, die dann halt einen gewissen Betrag heilen können. Also wenn man dagegen haut, dann wird man geheilt. Und halt, wenn die Gruppenmitglieder in der Nähe auch sind, werden auch mitgeheilt. Und noch, äh, zu den Pollen auch noch zu sagen, nicht nur ich selber oder das Monster können die Pollen verpuffen lassen, sondern auch die ganzen Gruppenmitglieder. Also das ist auch ganz gut, wenn ein Gruppenmitglied jetzt zum Beispiel so eine Heilungspolle sieht und denkt, oh, ich brauche mal ein bisschen Heilung, dann haut das dagegen und dann wird es auch geheilt. Was relativ gut ist. Denn habe ich jetzt leider hier kein, äh, anderes Insekt mit anderen Pollenarten, aber es gibt noch Giftpollenarten oder Gift, äh, oder Insekten, die Giftpollen haben. Da wird dann halt Gift angewendet auf das Monster. Oder es gibt, äh, Paralysepollen. Da gibt es viele verschiedene Pollenarten. Und da kann man dann halt, je nach Belieben, kann man schauen, was man halt gerne mag. Ob man jetzt eher Richtung Heilung gehen will. Dann nimmt man halt ein, äh, Heilungsinsekt mit. Da muss man dann aber auch drauf achten, dass, oder würde man gerne darauf achten, dass halt die Heilung relativ hoch ist von dem Insekt. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, eine Angriffspollenart haben will, dann sehe ich zu, auch, dass die Kraft relativ hoch ist. Weil ich glaube, die Pollen und die Kraft skaliert dann ein bisschen. Denn jetzt zu, warum steht hier denn jetzt Geschwindigkeit Stufe 16? Wenn ich aber gesagt habe, Stufe 15 ist das Höchste, das hängt jetzt mit der Gläfe selber zusammen. Da gibt es unterschiedliche, äh, Kinsektbonusse von den Gläfen. Also jede Gläfe hat einen unterschiedlichen Kinsektbonus. Jetzt bei meiner derzeit ausgerüsteten Gläfe, die macht einen Geschwindigkeitsboost. Das heißt, ich kriege eine Stufe geschenkt zum Insektenstufen, äh, Ding. Tut mir leid, fiel mir jetzt gerade kein anderes Wort an. Naja, aber jedenfalls, normal hätte das Insekt hier die Stufe 15 auf Geschwindigkeit und durch die Gläfe, die ja einen Geschwindigkeitsboost hat, kommt das auf Stufe 16. Ja, denn das war es jetzt eigentlich auch schon zu dem Menü hier, was man, ach ja, Elemente, ja, da kann man halt, äh, bei den Insekten unterschiedliche Elemente draufpacken. Hier habe ich jetzt zum Beispiel noch gar kein Element draufgemacht. Das hatte ich, glaube ich, nur mal so zum Testen gehabt, wie jetzt die Heilungspollen eigentlich ausschauen. Und, ja, man kann unterschiedliche Elemente auf das Insekt packen, was dann halt Element-Damage macht. Und umso höher auch die Stufe davon ist, desto mehr Element-Damage macht es auch. Das heißt, da ich da ein anderes, oder Elemente raufziehen kann, auf das Insekt, kann ich, wenn ich jetzt eine Waffe habe, und zum Beispiel hier in diesem Fall, Element-Explosion, dann habe ich in meinem Kampf zwei verschiedene Elemente, was auch richtig cool ist. Das heißt, wenn ein Monster zum Beispiel Weaknisse gegenüber, keine Ahnung, Feuer und Elektro oder sonst irgendwas hat, also, das war jetzt, keine Ahnung, also das heißt, wenn das Monster jetzt zum Beispiel zwei Weaknisse hat, die es gegenüber Elementen hat, oder gegenüber den Elementen hat, dann kann ich meinen Insekt einmal ein Element geben, und bei meiner Waffe auch darauf achten, dass ich da halt ein anderes Element habe, und dann mache ich auch unterschiedlichen Damage da dran. Gut, das jetzt zu den Insekten, erst mal so vom Aufbau her, oder von den, vom Status her, was es da so alles gibt. Jetzt kommen wir ins Training mal rein, und da reden wir jetzt erst mal über die normalen Angriffe, die man ohne jeglichen Insekt machen kann. Das ist einmal der Dreieckangriff, dann macht er einen Aufwärtshieb mit zwei Schlägen, das mit den zwei Schlägen, das wird nachher noch wichtig, weil das müsst ihr so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass der normale Aufwärtshieb zwei Schläge macht. Dann kann ich noch einmal Dreieck hinterher drücken, dann gibt es einen Schlitzhieb, der macht einen Angriff, und wenn ich jetzt die Dreieckkombi durchziehe, also dreimal Dreieck drücke, dann macht er mit dem Doppelhieb, wie der Doppelhieb schon sagt, zwei Schläge noch hinterher. Das heißt, ich habe drei, eins, zwei, oder warte? Ne, zwei, eins, zwei. So, tut mir leid. Also ich habe zwei Aufwärtshiebschläge, einen Schlitzhieb und zwei Doppelhiebs. Denn als nächstes gibt es noch den Kreisangriff, der schaut folgendermaßen aus, der macht da einen Schlag. So, und wenn ich jetzt mich bewege und Kreis drücke, dann mache ich einen Sprunghieb, wodurch, also die, äh, der Kreisangriff, wenn ich mich halt in irgendeine Richtung bewege, oder zum Beispiel, äh, nach hinten, oder, egal welche Richtung, mache ich halt einen Sprunghieb, und durch den Sprunghieb kann ich so ein bisschen mich im Kampf neu positionieren und dem Monster so ein bisschen hinterherlaufen. Ja, und, hast du nicht gesehen. Und wie ihr eben schon gesehen habt, als ich mich bewegt habe und den Dreieck gedrückt habe, dann macht er auch einen Sprunghieb. Also wenn die Waffe eingesteckt ist, dann macht er das gleiche mit Dreieck und wenn ich mich irgendwo hin bewege, dann macht er einen Sprunghieb. Und wenn ich die Waffe ausgezogen habe, dann macht er ja keinen Sprunghieb, sondern wenn ich mich dann bewege, dann macht er einen Stoß und der macht auch einen Schlag. Gut, das zu den Standardsachen hier, dann kann ich die Dreieckkombi, habt ihr ja gesehen, die kann ich eins, zwei, drei, und dann hört er einfach auf. Dann müsste ich die von neun anfangen, aber ich kann die auch durchgängig weiterlaufen lassen, indem ich halt die Dreiecke mit Kreis kombiniere. Das heißt, ich kann nach einem Dreieckschlag Kreis drücken, dann kann ich das unendlich weitermachen, oder ich kann nach zwei Dreiecken nochmal Kreis drücken, dann geht es da auch weiter, dann muss ich mich ja wieder neu positionieren, gehe nach hinten, und dann einfach immer so weiter. Und natürlich geht das auch, wenn ich dreimal Dreieck drücke, dann wäre nochmal die Kombi zu Ende, aber dann kann ich mich mit Kreis wieder in die Kombi reinholen. Genau. Ja, das waren jetzt so die Standardangriffe, und als nächstes bringe ich mal das Insekt mit rein, und das geht folgendermaßen, eben die Bombe da explodieren lassen, einmal kann ich also bei ausgestreckter Waffe L2 gedrückt halten, und dann mit Dreieck das Insekt auszuholen, und, oh, jetzt seht ihr, oben links leuchtet da auf einmal was, jetzt kommen wir nämlich zu dem Aufbau von dem Insekt da oben links, weil was der Unterschied zu anderen Waffen ist, ist, dass beim Kinsekt, äh, beim, beim, bei der Insektengläfe wir jetzt oben links eine Anzeige haben, nicht so wie beim Hammer, das letzte Mal gesehen, sondern wir haben jetzt eine Anzeige, das oben links, einmal das Insekt zu sehen, und dann drei Kästchen mit jeweils 1, 2, 3, und darunter ist eine Leiste, das ist die Ausdauer von dem Insekt, und jetzt kommen wir dazu, warum steht da denn 1, 2, 3, und zwar kann das Insekt von dem Monster Essenzen holen, die mich buffen. So, der rote Buff, der boostet meinen Angriff, der weiße Buff boostet meine Geschwindigkeit, und der orangene Buff boostet meine Verteidigung, und bei dem roten Buff ist es so, durch den, wenn ich mir jetzt den roten Buff hole, haben wir ja vorhin gesehen, oder wenn ich nicht den roten Buff habe, dann macht der erste Schlag von dem Dreieck zwei Schläge, und jetzt macht er drei Schläge, das gleiche, also drei Schläge, und vorher hat er Schlitzhieb ja einen Schlag gemacht, jetzt macht er zwei Schläge, und der dritte Schlag hatte auch zwei Schläge gemacht, und jetzt macht er auch drei, also der macht drei, der macht zwei, und jetzt macht der letzte Hieb auch drei, also ich kriege pro Angriff, den ich ausübe, durch den roten Buff, ein Schlag mehr dazu, was richtig gut ist, deswegen sage ich euch das jetzt, wenn ihr mit der Insektenglaive spielt, vorher immer mindestens den roten Buff holen, weil dadurch werdet ihr dann mehr Damage ausüben. so, das nächste, was es gibt, ist der weiße Buff, oh, nochmal zum roten Buff, der rote Buff, also die unterschiedlichen Buffs halten unterschiedliche Sekunden an, der rote Buff hält 100 Sekunden an, der weiße Buff, den ich mir jetzt mal schnell hole, hält 130 Sekunden an und durch den weißen Buff werde ich schneller, also beim Sprinten, dann bin ich ein bisschen schneller unterwegs, denn als nächstes gibt es noch den orangenen Buff, so, also der orangenen Buff, der hält 165 Sekunden an, also der orangenen Buff, der boostet meine Verteidigung und hält 165 Sekunden an und wie ihr jetzt unten rechts seht, habe ich im Moment 459 Verteidigung und wenn ich mir jetzt den Buff hole, habe ich 482 auf einmal, was auch ganz nett ist, so, und wo bekomme ich jetzt aber die Buffs vom Monster her und das so, da blende ich euch mal kurz eine Zeichnung ein, roten Buff kriegt man vom Kopf des Monsters meistens und von den Armen, also von den, wo das Monster mit angreifen kann, den weißen Buff, den bekommt man meistens von den Beinen, also von den Mobilitätssachen von dem Monster, wie auch der Buff denn schon sagt, ich bekomme ja Geschwindigkeit hinzu und teilweise kriegt man den auch von den Flügeln, weil es ja auch zu den Mobilitätsmöglichkeiten des Monsters gehört und den orangenen Buff bekomme ich von dem Torso überwiegend und auch von stark gepanzerten Teilen von dem Monster also da muss man dann immer genau schauen wo man die Sachen herbekommt und wir hatten ja vorhin gesehen wie hole ich eigentlich die Buffs wenn ich die ausgestreckte Waffe habe dann kann ich halt mit L2 ziehen und dann das Kinsekt mit Dreieck dahinschießen und mit Kreis wiederholen dann bringt mir das den Buff mit es gibt aber noch eine andere Möglichkeit entweder wenn ich keine ausgestreckte Waffe habe und dann zum Beispiel gegen das Monster gucke und dann R2 drücke dann fliegt das Monster äh das dann fliegt das Insekt da auch hin und oben links seht ihr jetzt ja auch bei dem Insekt was abgebildet hat er ist bei dem Insekt was abgebildet ist hat es einen roten Buff und das kann ich dann wieder mit entweder wenn ich die Waffe einstecke zurückholen und mir den Buff holen oder halt auch wenn ich L2 und Kreis drücke so und wenn die Waffe ausgestreckt ist dann kann ich auch mit R2 das Insekt rausholen aber dafür also bei R2 wende ich einen Schlag an und wenn ich aber ins Nichts schlage dann wird das Insekt nicht rausgeworfen aber sobald ich irgendwas treffe markiere ich das Monster und das Insekt ist draußen und holt sich den Buff wo es halt gegen schlägt und wie ihr jetzt schon seht ich hatte ja vorhin von den Pollen geredet und das sind die Pollen die schauen dann so aus und bei meinem Insekt ist es im Moment so dass ich Explosionspollen habe und wenn ich da dann gegenschlag schaut das so aus oh und was ihr jetzt gesehen habt ich kann damit in die Luft hin und her fliegen mit der Insekten Gläwe und das mache ich folgendermaßen ich drücke R2 und dann X und dann kann ich in der Luft mich hin und her katerpultieren was richtig toll ist weil dadurch wird die Insektengläwe erst so richtig besonders weil ich dann in der Luft auch irgendwelche coolen Angriffe machen kann wie ihr hier seht oh und ich bleibe in der Luft und dann kann ich so weitermachen das ist richtig toll und dazu und dazu zu dem Moveset kommen wir jetzt ok bevor wir zum Aerial Movement von der Insektengläwe kommen müssen wir noch kurz abhaken oder was heißt kurz das wird vielleicht auch ein bisschen länger äh was durch die Iceborne Erweiterung sich eigentlich an der Insektengläwe verändert hat und zwar folgendes wir haben ja Schleudermunition und jetzt zum Beispiel im Trainingsbereich die ganzen Kapseln die hier auf dem Boden liegen repräsentieren Schleudermunition die von dem Monster getroppt werden weil da müssen wir jetzt unterscheiden bei der Insektengläwe es gibt ja einmal Munition die so einfach am Boden liegt zum Beispiel die Steine hier die ich halt so in der Welt oder in der Map von Monster Hunter World Iceborne finden kann oder auch von Monster Hunter World finde ich ja zwischendurch mal irgendwelche Steine oder irgendwelches Moos und hast du nicht gesehen und es gibt ja einmal die Möglichkeit dass ich vom Monster auch Kapseln getroppt bekomme und da gibt es jetzt zwei unterschiedliche Möglichkeiten ich kann nämlich mit der Schleudermunition mein Insekt buffen und das schaut dann folgendermaßen aus ich drücke L2 und wenn ich Schleudermunition geladen habe kann ich wenn ich L2 gedrückt halte mit Dreieck und Kreis gleichzeitig drücken mein Insekt aufladen jetzt hat das gerade so eine schöne Animation gemacht und kommt dann zurück und wenn ich oder jetzt seht ihr oben links hm da neben der 3 da leuchtet jetzt so ein kleines Insekt rot und das rote Leuchten bedeutet dass das Insekt mehr Angriffsschaden hat und auch schneller angreift und angreifen lassen kann ich das Insekt wenn ich L2 und R3 drücke dann kann ich das Monster eine Markierung hinzufügen und dann dümpelt mein Insekt da um das Monster rum und greift das Monster an und pro Angriff hatte ich ja schon gesagt spawnt eine Wolke mit Pollen und bei dem roten Buff mit den Kapseln die ich von dem Monster bekommen greift das alle 3 Sekunden das Monster an die 3 Sekunden sind gleich noch wichtig oder behalte die im Hinterkopf weil die Angriffszahl pro Minute ändert sich mit unterschiedlichen Buffs die ich durch die Kapseln bekommen jetzt haben wir vom Monster den Buff und wenn ich jetzt da rangehe ins Monster das markiere mit R3 dann greift das alle 3 Sekunden das Monster an so jetzt habt ihr ja gesehen dass auch die Ausdauerleiste von dem Insekt zurück geht und sobald die Ausdauerleiste von dem Insekt zurück geht oder halt am Ende ist kommt das Insekt automatisch zurück und braucht relativ lang um sich wieder aufzuladen aber um das so ein bisschen schneller hinzubekommen müsst ihr L2 drücken den Dreieck und dann gleich das Insekt wieder zurück holen und dann restort das die Ausdauer sehr sehr schnell das ist noch wichtig vielleicht oder das ist wichtig dann könnt ihr das Ausdauermanagement von dem Insekt so ein bisschen selber steuern dass ihr dann halt zwischendurch einfach mal schnell das Insekt raus dann wieder rein und dann wieder raus und dann wieder rein und dann ist die Ausdauerleiste von dem Insekt eigentlich schon wieder voll das ist ganz wichtig so und was ist jetzt noch die weitere Besonderheit an der Aufladung von dem Insekt was ich durch die Kapseln bekomme jetzt zum Beispiel vom Monster seht ihr ja noch ist noch rot am leuchten dann lade ich das wieder oder nochmal auf so wenn ich jetzt mir zum Beispiel den roten Buff hol seht ihr jetzt oben links bei der Anzeige von dem Insekt dass nur eine Seite des Insektes rot leuchtet und das coole ist wenn ich das Insekt aufgeladen habe dann kann ich mir zwei Buffs holen jetzt habe ich einmal einen orangenen Buff im Insekt was hier jetzt zum Beispiel auch manchmal angezeigt wird bei dem Insekt dass es so orange leuchtet so jedenfalls kann ich wenn ich das Insekt aufgeladen habe und das ist bei jeder Aufladung dann gleich kann ich mir zwei Buffs holen und zu der Kapselaufladung also zu den Kapseln die von dem Monster getroppt werden die Aufladung hält bei den Kapseln 300 Sekunden also 5 Minuten also du brauchst dann nur alle 5 Minuten wieder eine Kapsel aufsammeln oder wenn du noch Kapseln vom Monster in der Schleuder hast brauchst du erst nach 5 Minuten das Insekt wieder aufladen und wenn ich jetzt mir aber zum Beispiel Steine geholt habe oder irgendwelches Moos oder sowas dann verändert sich der Buff wenn ich das dann damit auflade wird der Buff gelb und das erhöht einfach die Ausdauer von dem Insekt was auch gut ist dann kann das einfach länger draußen bleiben aber das Identische ist dass es sich 2 Buffs holen kann wie zuvor gesehen und wenn ich das Monster jetzt mit R2 markiere dann greift ja mein Insekt an und vorher haben wir ja gesehen bei dem roten Buff also wenn das Insekt selber den roten Buff hat durch die Kapsel von dem Monster greift das ja alle 3 Sekunden an und wenn es jetzt einen anderen Buff hat also zum Beispiel eine Aufladung mit den Steinen dann greift das nur alle 4 bis 5 Sekunden an und spawnt eine Wolke jetzt hatte ich ja vorhin gesagt dass der Buff von den Kapseln die ich vom Monster getroppt bekommen bei dem Insekt 5 Minuten hält also 300 Sekunden dann stellt sich die Frage wie lange hält denn der Buff von irgendwelchen Steinen die auf dem Boden liegen da kann ich sagen der hält nicht so lange der hält 70 Sekunden an also wenn man den Ausdauer Buff haben will dann muss man den alle 70 Sekunden wieder refreshen also habt das im Hinterkopf dass ihr den Buff öfter neu aufladen müsst als jetzt zum Beispiel den durch die Kapseln die vom Monster getroppt werden jetzt stellt sich natürlich noch die Frage verändert die Aufladung des Insekts irgendwie meine Buffs die ich durch das Insekt holen kann außer dass ich halt zwei auf einmal gleich holen kann und ja das hat eine positive Auswirkung auf meine Buffs und zwar hält denn der rote Buff keine 100 Sekunden mehr sondern 145 Sekunden der weiße Buff hält nicht mehr 130 Sekunden sondern 180 Sekunden und der orangene Buff hält nicht mehr 165 Sekunden sondern 210 also meine Buffs kann ich denn so 45 bis 50 Sekunden verlängern so jetzt noch mal zu dem Buffs selber wenn ich mir den roten Buff hole denn steigert ja sich mein Angriff und wenn ich mir den weißen Buff dazu hole das ist nicht der weiße äh ich glaube ich darf zweimal gegen weil ich ja noch den anderen Buff habe wenn ich mir den weißen Buff dazu hole dann kriege ich noch mal einen zusätzlichen Bonus zu dem roten Buff weil dann erhöht sich nochmals mein Angriff das heißt umso mehr Buffs ich habe also wenn ich nur den roten habe dann kriege ich nur so ein bisschen Boost zum Angriff und meine Angriffe verändern sich ja ich mache dann ja einen Schlag mehr pro äh Angriffstyp wenn ich am Boden bin wenn wir in der Luft sind verändert sich das noch alles ein bisschen mehr da kommen wir aber gleich noch zu äh ja und mein Angriff oder die die ganzen Buffs kriegen zusätzliche Attribute noch dazu oder nochmal Verstärkungen zu dem was sie eh ausführen wenn ich noch andere Buffs hab und zwar wenn ich den roten und den weißen Buff hab dann buffen die sich gegenseitig nochmal und wenn ich dann aber noch den orangenen Buff dazu hab dann buffen sich alle drei Buffs nochmal gegenseitig also das meiste was man aus der Insektenglebe aus den Angriffen und aus der Verteidigung und sowas alles rausziehen kann ist wenn man alle drei Buffs hat also da muss man dann so ein bisschen drauf achten aber die wichtigsten Buffs sind eigentlich der weiße und der rote dass man wenn man die zusammen hat dann macht man schon gut Schaden und der orangene ist dann halt noch so ein kleiner Bonus drauf weil die Verteidigung dann nochmal höher ist und der Schaden auch nochmal ein bisschen nach oben reguliert wird also am besten immer alle drei Buffs haben und wenn man da halt nicht gerade oder nicht gerade dazukommt denn halt den roten und den weißen das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf so jetzt kommen wir zum Aerial Movement von der Insektenglebe und wenn ich jetzt zum Beispiel keine Buffs habe wie ihr jetzt hier seht dann schaut das alles folgendermaßen aus ich kann mich mit R2 und Kreis äh und nicht Kreis sondern mit R2 und X in die Luft katapultieren und dann mit X nochmal so einen Ausweich Sprung in der Luft machen der ist schon relativ hoch und bringt mich auch ein bisschen weit also dadurch kann ich mich zum Monster neu positionieren und dann von da aus wieder irgendwie Kombi starten oder ich kann auch in der Luft bleiben und dann einfach Kreis drücken und immer wenn oder dann mache ich einen Angriff aufs Monster und wenn ich das Monster mit dem Angriff treffe bleibe ich bis zu fünfmal in der Luft das heißt ich kann fünf Angriffe auf das Monster machen eins zwei drei und einmal noch huch also huch warte also geh hoch mach einen Angriff zack machen upsala das ist hier ein bisschen schwieriger eins zwei drei vier und einmal noch fünf also bis zu fünf Angriffe kann ich dann in der Luft machen mit Kreis also durch Kreis oder durch den katapultierten Tanz oder mit dem Kreis Angriff kann ich mich in der Luft halten schaut dann halt so aus denn gibt es ja noch eine andere Möglichkeit und zwar kann ich mich in die Luft katapultieren zum Monster hinspringen und dann Dreieck drücken der macht dann gesprungenen Hieb aber ich bleibe dann nicht in der Luft sondern ich haue das Monster einfach nur einmal so jetzt haben wir aber gesagt dass es immer am besten ist wenn ich mir die Buffs hole und da hole ich mir jetzt zum Beispiel mal den roten Buff weil das der rote Buff verhindert meine Angriffe haben wir ja vorhin schon gesehen durch den roten Buff kriege ich ein Angriff mehr pro Angriff Typ den ich ausfühe also mit dem starken Aufwerk ziehe mache ich anstatt vor zwei drei Angriffe und und in der Luft schaut das jetzt folgendermaßen aus wenn ich den roten Buff habe und mich in die Luft katapultiere da bin ich schon ein bisschen höher und der Dreieck Angriff schaut dann so aus dann mache ich so ähnlich wie beim Hammer so einen vertikalen Drehschwung und das tolle auch an den Dreieck Angriffen mit und ohne Buff ist das macht alles Mountain äh Mounting Damage das heißt ich habe die Chance das Monster zu mounten wenn ich den Dreieck Angriff mache das seht ihr jetzt auch hier in diesem Bild so und jetzt fragt ihr euch natürlich und was macht der Kreis Angriff macht er nur bisschen oder macht er nur so Damage oder macht er auch Mounting Damage oder wie schaut er jetzt eigentlich aus weil vorher hatten wir gesehen dass wenn ich und katapultiert sich dann weiter das schaut dann folgendermaßen aus mit dem roten buff dann macht er so ein super duper dreh ding oh jetzt habe ich keinen roten buff mehr jetzt habt ihr gesehen macht er wieder nur einen Angriff holt mir den roten buff schnell wieder dann macht er so einen schönen Drehangriff in der Luft das sind 6 Schläge anstatt 1 6 Schläge und es gab mal ein Missverständnis in der Monster Hunter World Community die hatten oder viele hatten gedacht dass der Kreisangriff kein Mounting Damage macht das ist aber falsch und zwar macht der letzte Schlag von dem Kreisangriff in der Luft Mounting Damage was ihr jetzt auch in diesem Bild seht so und jetzt seht ihr ja dass die ersten fünf Angriffe von dem Kreisangriff nicht so viel Damage machen das seht ihr genau richtig nur der letzte Schlag der macht halt schon ordentlich Damage und das ist auch der Schlag der Mounting Damage macht also durch den letzten Schlag könnt ihr das oder habt ihr eine Chance das Monster zu Mounten aber habt dabei im Hinterkopf dass wenn ich das Monster einmal gemounted habe dass die Chance auf den zweiten Mount geringer wird das ist genauso wie mit Status Effekten auf das Monster anwenden ist ja zu anfangen die Chance mit dem ersten mit der ersten Anwendung das ausgelöst Wert ist hoch und dann nimmt das sukzessive ab also es wird immer schwieriger den Effekt oder halt auch das Mounten auf das Monster anzuwenden das muss man so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten dass es mit der Zeit umso mehr oder umso öfter man das Monster gemounted hat desto geringer wird die Chance dass das Monster gemounted werden kann so jetzt stellt sich ja noch Insekt zum Beispiel auch heilen und dass es ja Heilmöglichkeiten gibt und dass ich durch ein Insekt einen Waff bekommen kann wodurch ich mich halt heilen kann und wenn es halt die Stufe von der Heilung relativ hoch hat also zum Beispiel Stufe 15 dann ist das wie eine Heilung mit der mit dem Maxi Trank also mit dem hier also Megatrank heißt er hier im Englischen ist Maxi Potion glaube ich und das geht folgendermaßen das hatte ich vorhin nicht dazu erwähnt aber das werde ich jetzt auch nochmal einblenden die Möglichkeit den Buff der Heilung zu bekommen dann schaut das Insekt grün aus was hier oben links jetzt seht den kriegt man oft von den Schwänzen von den Monstern oder auch von kleineren Monstern so jetzt nochmal kurz zum möglichen Damage Output ihr habt ja schon gesehen die Angriffe in der Luft schauen ja echt cool aus und ich habe die Chance das Monster zu mounten und dadurch halt der Gruppe so ein bisschen Zeit zu geben wenn es auf dem Boden liegt mehr Damage auszuüben aber den meisten Damage den man mit der Insekten Cleve macht ist nicht wenn man die ganze Zeit in Luft bleibt sondern wenn man am Boden bleibt und den meisten Damage übt man dann aus wenn man Dreieck Kreis Dreieck Kreis also wenn man die ganze Zeit Dreieck und Kreis hintereinander drückt so macht man den meisten Damage also das ist die Kombination die man macht wenn man wirklich den meisten Damage pro Sekunde ausüben will an dem Monster und ansonsten muss man halt am besten so spielen wie man es am liebsten mag ich mag jetzt zum Beispiel gerne den oder das Aerial Movement von der Insekten Gläwe das finde ich immer ganz witzig und wenn ich alleine spiele und das Monster so ein bisschen auch am Boden haben will dann versuche ich es schon zu anfangen zu mounten damit ich halt am Boden dann meine kombi ausüben kann sondern wie beim Tutorial von der Klaue gesehen kann ich mit der Insekten Gläwe auch die Klaue anwenden und wenn ich jetzt zum Beispiel die Waffe ausgestreckt habe dann muss ich R3 drücken also L2 gedrückt halten denn R3 und dann komme ich ins Klauen Menü dann kann ich mich an das Monster ran ziehen das Monster hin und her bewegen oder mit R2 dann in die Wand hauen aber wenn ihr das Clown Tutorial gesehen habt dann wisst ihr das auch alles und das gleiche geht auch in der Luft wenn ich jetzt in der Luft bin mich hin katapultiert dann kann ich mit L2 mich auch ans Monster wieder ran ziehen und das gleiche machen so und in der Luft gibt es nicht nur den Dreieck Angriff und auch nicht nur den Kreis Angriff sondern auch die Möglichkeit in der Luft das Monster zu markieren und meinen Insekt dazu zu bringen das Monster anzugreifen und das mache ich folgendermaßen ich drück R2 dann muss natürlich auch das Monster treffen der macht das so Abwärts Hieb und wenn ich am Boden wieder land macht das nochmal so eine kleine Kombi und durch das R2 drücken markiere ich das Monster und mein Insekt wird das dann an der Stelle wo ich es markiert habe angreifen und dann halt wieder die Wolken spawnen so und das letzte was man jetzt noch zeigen kann ist wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf so einer schräge bin dann kann ich mit Dreieck wenn ich den roten Waff zum Beispiel habe wieder so einen gesprungenen fortgeschrittenen Hieb machen das ist die gleiche Bewegung die ich mache wenn ich in der Luft bin und dann kreisdrücke das heißt wenn ich an der schräge bin und dann mit dem Dreieck Angriff oh jetzt bin ich gar nicht so weit gekommen das Monster treffen würde gucken ob ich da hinkomme ah jetzt habe ich den roten Waff nicht mehr wenn ich hier an der Schräge bin den Dreieck drücke und soweit kommen dass ich genau mit dem letzten Schlag das Monster wieder treffe katapultiere ich mich wieder in die Luft und ich kann halt verschiedene Sachen wieder ausüben sei es den Dreieck Angriff oder mich weiter in Luft halten mit dem Kreis Angriff oder mit R2 das Monster markieren dann greift mein Insekt wieder an oder halt mich mit der Klaue ans Monster wieder ran ziehen und das gegeben falls halt irgendwo gegen die Wand laufen lassen und das gleiche geht auch wenn man hier jetzt so an der Klippe steht runterspringt und auch Dreieck drückt dann macht man aber den normalen Dreieck Angriff den man sonst auch in der Luft macht also die vertikale Drehung wieder gut ich hoffe ich habe jetzt alles drin gehabt und ihr könnt durch das Tutorial so ein bisschen besser und ein bisschen mehr auch in die Tiefe von der Insektenkleve reingehen und ich hoffe ihr hattet viel Spaß dabei und schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein lasst ein abo da um nichts mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal tschüss bis zum